Du warst doch in Mathe immer eine Null, oder? Nicht nur in Mathe. Das ist doch dein Grund, warum du mich geheiratet hast. Scheiße, Penny. Scheiße. Würdest du dich bitte jetzt zum Tisch setzen? Tatsächlich. Ich will einfach, dass wir so normal wie möglich übereinander umgehen. Penny, hast du irgendwas damit zu tun? Fängst du mir. 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 Fängst du mir.